Peace, Freunde der gepflegten Investitionen. Es ist Montag, heißt hier gibt es natürlich wieder ein neues Krypto-Video in alter Manier. Ich hoffe, eure Woche hat natürlich gut begonnen. Ihr seid erfolgreich, ihr gebt Gas, ihr kommt euren Zielen näher. Deutschland hat am Samstag gewonnen. Wir sind im Viertelfinale. Ich hoffe, ihr habt es genauso gefeiert wie ich. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir nach dieser Durststrecke wieder weiter punkten. Aber heute soll es nicht um Fußball gehen, sondern wir haben heute mal wieder ein sehr, sehr großes Krypto-Portfolio. Ihr seht da schon mal ein bisschen was im Hintergrund. Und zwar haben wir diesmal einen SEK-Beamten, also quasi einen Mann, der beim Sondereinsatzkommando angestellt ist. Finde ich auf jeden Fall mega beeindruckend, weil man das halt auch, weiß ich nicht, eher so aus dem Film kennt. Krasser Job auf jeden Fall. Ich werde euch aber gleich mal vorlesen, was er geschrieben hat. Bevor wir allerdings loslegen, wir werden natürlich auch im heutigen Video weiter unsere Gönnjermin-Wochen fortsetzen. Heißt, es gibt erneut 100 Dollar USDT. Was muss man dafür tun? Video liken, Kommentar schreiben, schreibt, was ihr wollt und natürlich Abonnent des Kanals sein. Wir werden wie immer den Gewinner auch von letzter Woche am Ende wieder ziehen. Seid da auf jeden Fall gespannt und viel Spaß bzw. viel Glück beim Gewinnspiel. Und für alle, die noch eine seriöse, lizenzierte Kryptobörse suchen, bei der man mittlerweile mehrere hundert verschiedene Kryptos kaufen, verkaufen, handeln kann, schaut sehr, sehr gerne bei meinem Partner Bitpanda vorbei. Mit dem Link in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar bekommt ihr wie immer den besten Rabatt. So, genug gequatscht. Ich würde sagen, wir schauen mal auf das komplett geisteskranke Krypto-Portfolio von unserem SEK-Beamten bzw. vor allem natürlich die oberste Position. Ich denke, ihr habt es schon bemerkt, was da schlummert, aber wir gucken erstmal auf die Nachricht von ihm. Und zwar, er schreibt, Servus Dave, nochmal Respekt für deinen Werdegang. Ich würde dir gerne mein Portfolio schicken. Meinst du, du könntest es mir mal bewerten? Gerne auch in einem deiner Videos. Ich bin wie du großer XRP-Hodler und bin generell einfach Krypto-Verrückt. Ich habe nur eine Bitte an dich, dir ja auch, was? Ich habe nur eine Bitte, ich hatte dir ja auch einiges privat davor geschickt. Halte das bitte anonym, denn ich arbeite, wie du weißt, beim Sondereinsatzkommando. Das kannst du auch erwähnen, nur eben keine Details zu meiner privaten Person. Ich freue mich auf deine Bewertung, falls es dazu kommt. Und liebe Grüße, und zwar, das ist der, nee, Spaß, also ich bleibe natürlich anonym, mach dir keine Sorgen. Also ich werde auch keinen Namen nennen oder irgendwas, nur die Adresse gibt es natürlich gleich, nein, Spaß. Und ich will ja nicht, dass bei mir das SEK vorm Haus steht, von dem her, nein, alles gut. Das ist auf jeden Fall seine Nachricht. Hinten dran sieht er schon mal das Portfolio. Und wenn ich das Portfolio so anschaue, muss ich sagen, du, also vielleicht wäre ich doch lieber zum SEK gegangen. Also das Gehalt muss schmecken. Also wer solche Investitionen tätigen kann, man muss natürlich dazu sagen, er macht das auch schon ein bisschen länger. Er hat mir davor auch schon ein paar Mal geschrieben gehabt und ich glaube, er hat angefangen sogar 2015, 2016, irgendwie sowas. Hat auch seine XRP zu einem wahnsinnigen Schnäppchenpreis gekauft und zu einem kleinen Bruchteil von dem, was wir jetzt hier sehen. Also ich meine, ja, Geist ist krank, aber gut. Wie gesagt, was natürlich direkt ins Auge sticht, ist diese verrückte XRP-Position. Ich meine, wir reden hier von, ja, knackigen 2,5 Millionen Stück. Ich dachte immer, ich habe eine relativ gute Summe XRP, aber der Typ hier schießt auf jeden Fall den Vogel ab, wenn ich mir das so anschaue. Ich meine, er hat in Summe 1,18 Millionen Dollar und das ist auf jeden Fall eine Ansage, muss man ganz klar sagen. Vor allem, wenn man mal bedenkt, ich meine, der Kurs ist ja aktuell schon eher mager und wenn wir bedenken, was da in Zukunft höchstwahrscheinlich noch alles passieren wird, dann könnte das auf jeden Fall eine gute Pension für den SEK-Beamten und vielleicht auch seine Familie etc. werden. Sehr, sehr stark. Gerne natürlich auch mal eure Meinung in die Kommentare. Hält ihr das für komplett gesponnen oder sagt ihr, das ist genau richtig? Also meine Meinung zur Aufteilung erstmal, ich finde es ehrlich gesagt halt schon irgendwo übertrieben, weil ich meine, ihr seht, die XRP nehmen bei ihm über 90% ein. Seht ihr das überhaupt? Doch, ihr seht das, ja. Und ich meine, dahinter folgt dann Bitcoin als zweitgrößte Position mit nur knapp 4% und dann ETH mit unter 2%. Und das ist halt rein von der Aufteilung, meiner Meinung nach einfach nicht klug, bitte nicht bei mir einreiten. Wenn das jetzt jemand mit einem Portfolio von 1000 Euro macht, okay, kann man drüber streiten, aber bei 1,3 Millionen, ja, finde ich schon ein bisschen fahrlässig, ehrlich gesagt. Ich meine, gerade wenn man, ja, ich meine, ich habe ja mit ihm geschrieben, wie gesagt, ich werde jetzt nichts Privates oder so nennen, aber er hat mir dann auch so ein bisschen seine XRP-Prognosen etc. genannt. Und gerade wenn man von, ich sage mal, ein bisschen höheren Preisen bei XRP ausgeht, dann würde ja auch ein Bruchteil im Endeffekt davon ausreichen, was er jetzt hier im Portfolio hat, um Millionen zu machen. Und das halt innerhalb irgendwie der nächsten Jahre. Ja, keine Ahnung, ob er es einfach komplett wissen will. Meiner Meinung nach ist es aber von der Aufteilung einfach nicht sehr klug, ja. Dahinter folgt dann, wie gesagt, Bitcoin mit 4%. Dort hält dann 0,75 Stück. Klar, macht man nie was mit verkehrt, hätte ich aber einfach mit dem Kapital deutlich höher gewichtet. Ich meine, wir reden von 1,3 Millionen, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, das sind nicht irgendwie ein paar Euro und mal ein bisschen nebenbei was investieren. Meiner hat selber ja auch gesagt, er ist crypto-verrückt, glaube ich ihm. Und ich meine, ich weiß, er verdient gut, er hat einen super Job, aber ich finde trotzdem, dass man sich da einfach zu wenig Gedanken mit der Aufteilung speziell gemacht hat. Aber gut, nur so meine Meinung. Ich meine, er wollte eine ehrliche Meinung. Dahinter hat er dann auch einen Klassiker mit Ethereum. Brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Gehört meiner Meinung nach in jedes Portfolio. Dahinter dann Solana. Hält er auch eine sehr, sehr stramme Summe. Hat er 125 Stück. Und in Summe 18.000 Dollar. Und gerade nach dem Aufschwung, so die letzten 18, 12, 18 Monate und dann auch noch generell diese ganzen positiven Verbesserungen, bin ich mittlerweile echt positiv gestimmt, was Solana angeht. Ihr wisst, ich war lange Zeit extrem negativ, auf Solana zu sprechen, aber sie machen einfach die letzten 1, 1,5 Jahre halt einfach einen sehr, sehr guten Job. Und von dem in meiner Meinung nach eine Position an Platz 3, die man absolut machen kann. Wie gesagt, auch eine gute Summe. Ich bin gespannt, wo es dann auch hingeht. Sie machen auch außerhalb von Krypto extrem viel. Unabhängig jetzt mal von den ganzen Blockchain-Erfolgen und so weiter. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt, wo es da hingeht. Dahinter kommen dann aber wieder ein paar Sachen, die ich nicht so ganz verstehe. Er hat dann E-Cash, also XEC, 4 Chainlink und WeChain positioniert, was ich ein bisschen komisch finde. Vor allem, wenn man sich XEC oder XEC mal anschaut, dann gibt es da halt irgendwie schon gefühlt 500 oder 1000 oder von mir aus wahrscheinlich noch mehr andere Kryptos, die mehr oder weniger genau dasselbe machen. Und da frage ich mich halt, warum er sich dafür entschieden hat. Vielleicht erklärt er es mir auch nochmal privat. Vielleicht übersehe ich irgendwas. Schaut euch das Projekt gerne mal an. Sagt mir gerne nochmal eure Meinung. Schreibt mir auf Insta oder wo auch immer. Aber mich holt das Projekt einfach nicht ab. Und da verstehe ich dann halt ehrlich gesagt auch wieder nicht die Positionierung. Aber gut. Dahinter folgt dann ZRX. Also 0x-Protokoll ist ja quasi ein Ethereum-Token, der die 0x-Protokoll-Plattform für dezentralisierten Handel mit Coins auf der Ethereum-Blockchain antreibt. Finde ich an sich eigentlich interessant. War ich sogar selber auch mal investiert vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob das 18 war, 19 war. Auf jeden Fall war ich mal investiert. Hab dann aber irgendwann auch wieder alles abgestoßen. Ich glaube mit Gewinn. Ich weiß es gar nicht so. Aber da ging mir auch ehrlich gesagt zu lange nichts. Kann gut sein, dass ich es mit Gewinn abgestoßen habe. Auf jeden Fall nicht mit Verlust. Aber ich glaube es war jetzt nicht übertrieben viel. Hab mich aber ehrlich gesagt auch seitdem ich die dann abgestoßen habe nicht mehr wirklich damit beschäftigt. Aber ich denke gerade wenn ETH die nächsten Jahre weiter wächst, weiter performt. Und die ganzen Kursziele, die angepeilt sind von den ganzen Analysten etc. Dann könnte 0x auf jeden Fall richtig spannend noch werden. Von dem her, ich verstehe so den Zusammenhang, warum man 0x mit ETH etc. in ein Portfolio packt. Ja, meins war es dann irgendwann nicht mehr. Aber heißt nicht, dass es schlecht ist oder so. Wie gesagt, ich habe mich jetzt schon länger nicht mehr damit beschäftigt. Und ja, finde ich okay das Projekt. Dahinter folgt dann eines meiner absoluten Lieblingsprojekte, nämlich Chainlink. Ich meine damit macht man meiner Meinung nach halt auch absolut nichts verkehrt. Gerade weil die nächsten Jahre so extrem viele Dinge tokenisiert werden. Und da wird Link halt meiner Meinung nach eine sehr sehr große Rolle einfach spielen. Und generell die Leute, die in Chainlink investiert sind, werden höchstwahrscheinlich davon profitieren. Mich würde es wundern, wenn Chainlink jetzt nach dem, was sie die ganzen letzten Jahre aufgebaut haben, dann plötzlich nicht mehr performen oder da irgendwas komisches rauskommt. Also ja, deswegen habe ich es auch relativ hoch bei mir im Portfolio gewichtet. Bin gespannt, was da geht. Wie hoch auch der Kurs diesem Run geht. Aber ich denke halt trotzdem, man sollte das dann eher auf lange Sicht sehen. Denn gerade mit dieser ganzen Tokenisierung. Ihr wisst selbst, die meisten Leute sind noch nicht mal so richtig vorbereitet oder ready einfach für solche abgespaceden Sachen. Und das wird meiner Meinung nach trotzdem alles noch einige Jahre einfach dauern. Heißt nicht, dass diesen Run nicht noch ein 10, 15x passieren kann. Aber dann reden wir halt nochmal von einem ganz anderen Anstieg. Wenn diese ganzen Tokenisierungsgeschichten, Immobilien etc. da halt noch einfach mehr eine Rolle spielen. Und die Leute einfach auch mal mitbekommen, was es da für Möglichkeiten gibt. Also ich denke mal, 90% der Leute, die sich nicht mit Krypto beschäftigen, die wissen gar nicht, was da für Möglichkeiten einfach schon existieren. Und was da die nächsten Jahre einfach auf uns zukommt. Und für mich ist das halt einfach ähnlich wie BTC, ETH, XRP. Das sind für mich Projekte, die kannst du halt auch unbedenklich, in Anführungszeichen, auch mal fünf Jahre liegen lassen und machst wahrscheinlich nichts falsch. Und dazu zähle ich wirklich nicht viele Projekte. Weil, ich meine, ihr wisst selbst, wie ich über verschiedene Krypto-Projekte denke. Gerade zum Beispiel QNT oder so. Wir haben auch alle im Hype davon gesprochen und selbst, als es dann wieder runtergegangen ist mit Oh, QNT, das wird der Shit und sonst was. Da bin ich halt einfach vorsichtig, weil da ging mir einfach bisher zu wenig. Und wir haben einfach zu wenig Zahlen, Daten, Fakten, das mir halt einfach das Gegenteil beweisen. Und so ist es bei mir bei ganz, ganz vielen Kryptos. Oder eigentlich bei allen in der Top 100, außer bei den vier. Und klar, das sehen bestimmt viele auch anders. So sehe ich es halt, das ist meine Meinung. Aber ja, zu seiner Aufteilung kann sich natürlich jetzt jeder selber seine Gedanken machen. Für mich natürlich viel zu niedrig gewichtet. Und niemals hinter den beiden darüber. Aber gut, jeder investiert natürlich anders. Also auf Link war das jetzt eben bezogen. Gucken wir mal. Ganz unten hat er dann noch WeChain. Auch mega bombenstarkes Projekt. Das ist auch ein Projekt, das eigentlich gefühlt jeder so im Portfolio hat. Aber auch zu Recht hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Und löst ja auch aktiv viele Probleme. Und einiges halt auch schon aktuell. Das ist ja auch oft ein Problem, dass viele Projekte halt einiges immer planen. Und oh, wir haben das vor, wir haben das vor. Wir lösen das, das, das. Blockchain-Drilemma, bla bla bla. Und im Endeffekt sind das halt Versprechen. Ja, uns wird halt nichts eingehalten. Beziehungsweise wir sehen halt noch nichts. Weil viele halt, das ist ähnlich wie in der Politik. Ich meine, man kann viel reden. Ähm, aber mach mal. So, das ist halt, egal wo, meistens das Problem, dass halt immer viel geredet wird. Und ja, viel heiße Luft einfach. Ähm, bei WeChain passiert aber auch schon einiges. Und einiges ist geplant. Also so ein Mittelding. Ähm, finde ich auf jeden Fall mega spannend. Ob's der Burner wird, diesen Bullrun, gucken wir mal. Ich meine, in letzter Zeit ist es schon sehr, sehr ruhig einfach am WeChain. Aber ich finde das Projekt an sich sehr, sehr rund. Und auch die Firmen, mit denen sie zusammenarbeiten, die Probleme, die sie aktuell schon lösen mit diesen Weltfinanz-Milliarden-Konzernen. Also ist auf jeden Fall schon cool. Und deswegen finde ich auch ein starkes Projekt. Projekt aufteilungstechnisch brauche ich jetzt nicht jedes Mal sagen. Könnt ihr euch wahrscheinlich denken, dass ich WeChain jetzt nicht an letzter Stelle gepackt hätte. Aber gut, jeder investiert, wie gesagt, so wie er es für richtig hält. Für mich ist die Aufteilung absolut nichts. Aber ja, das war sein Portfolio. Gerade mal acht Projekte. Und das bei 1,3 Millionen Dollar. Ist natürlich wenig. Ich hätte also definitiv mehr Projekte mit reingenommen. Und auch Bereiche, die er abdeckt, sind meiner Meinung nach halt nicht wirklich breit. Mir fehlt da echt so ein bisschen einfach die Tiefe im Portfolio. Und eben XRP für mich einfach zu hoch gewichtet. So, ich meine, ihr wisst selbst, bei XRP hat man so die letzten Jahre einfach totes Kapital liegen gehabt. Und deshalb einfach verschenkt das Geld. Auch wenn XRP meiner Meinung nach in Zukunft noch gut durch die Decke gehen wird, sollte man sich halt trotzdem einfach breit diversifiziert aufstellen, um halt einfach den meisten Impact so zu bekommen. Und das fehlt mir halt so ein bisschen bei ihm. Natürlich, wir müssen trotzdem betonen, er hat XRP gekauft. Wir reden wirklich von einem Bruch-Bruch-Bruchteil von einem Cent. Also da hat er schon alles richtig gemacht. Aber man hätte halt noch viel, viel mehr einfach rausholen können. Und ich habe auch XRP im Portfolio, aber es ist halt nicht meine größte Position. Und ich habe trotzdem immer noch in andere Sachen investiert und bin mir da schon jeden Monat immer wieder ein bisschen am Gedanken machen, was ich dann vielleicht nochmal optimieren kann oder so. Und er hat das halt schon sehr, sehr lange so. Also es wirkt so ein bisschen, klar, er ist kryptoverrückt und alles ist begeistert. Aber ja, macht sich vielleicht manchmal dann zu wenig Gedanken irgendwie, habe ich das Gefühl. So, ja, das ist auf jeden Fall so meine Gedanken zu dem Portfolio. Schreibt aber gerne mal rein, was ihr davon hält. Aber am Ende ist natürlich trotzdem zu sagen, ey, der Mann hat hier 1,3 Millionen Dollar investiert, hat sich ein 1,3 Millionen Dollar Portfolio aufgebaut. Ist natürlich trotzdem, ne? Respekt, ich ziehe meinen Hut, ist gut gemacht. War da auch jahrelang echt dahinter und alles. Also nichtsdestotrotz, ne? Also es soll jetzt nicht komplett negativ rüberkommen. Nur die Aufteilung ist halt einfach nichts für mich, ne? Ich hoffe, das wurde klar. Sonst, die 100 Dollar müssen wir natürlich noch ziehen. Ich habe natürlich hier schon mal was vorbereitet. Und zwar unsere Random Common Picker-Seite mit dem Link vom Video. Ich würde sagen, wir ziehen ihn einfach. Der Gewinner kriegt 100 Dollar. Diesmal machen wir, wie gesagt, nur noch einen. Nicht zweimal 50, sondern einmal 100. Macht einfach mehr Sinn, denke ich, ne? Dann kannst du auch irgendwie mehr damit anfangen. Ich würde sagen, wir ziehen ihn in 3, 2, 1, let's go. Und zwar der eine. 80HH XRP, das neue Stablecoin. Ab 1.7. 1 Euro gleich 2 XRP. Da hat es ja genau den richtigen getroffen. Auf jeden Fall Glückwunsch. Schreib mir gerne per Instagram, Telegram, wie auch immer. Du kriegst es dann binnen Minuten schon fast. Und für alle, die nochmal mitmachen wollen, wie gesagt, Video liken. Einfach unten auf den Daumen nach oben klicken. Kommentar schreiben. Könnt ihr auch unten einfach rein ins Kommentarfeld. Schreibt da irgendwas rein. Lasst einen Gruß da. Whatever. Und hinten raus. Es muss natürlich auch irgendwie wieder das Geld reingeholt werden, wenn wir es rausbuttern ohne Ende. Eine kleine Einblendung von PU Prime. Also wer eine Plattform sucht, auf der man generell die Möglichkeit hat, auf verschiedenen Märkten zu handeln, ist bei PU Prime auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Link zur Webseite ist auch in der Videobeschreibung. Schaut es euch gerne mal an. Also egal, ob es um Forex geht, um Rohstoffe geht, um Aktien, ETFs, Anleihen haben sie auch im Sortiment, aber halt eben auch Krypto. Also gerade speziell fürs Trading ist es halt mega interessant. Egal, ob Copy Trading, normales Trading, Future Trading. Also sie bieten auf jeden Fall sehr, sehr viel an. Schaut es euch, wie gesagt, gerne mal an. Link ist in der Videobeschreibung zur Homepage. Ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein mit dem heutigen Portfolio-Video. Schreibt, wie gesagt, gerne mal eure Meinung dazu rein. Fandet ihr es spannend? Fandet ihr es nicht spannend? Wie fandet ihr die Aufteilung? Wie habt ihr aktuell investiert? Wie sieht euer Portfolio vielleicht aus? Und für alle, die das interessiert oder auch mal ihr Portfolio bewertet haben möchten, schickt mir das gerne per Instagram durch. Gerne mit Screenshots etc., damit ich gleich alles habe. Und ja, das soll es eigentlich auch gewesen sein. Drückt die Daumen. Ich weiß gar nicht, wann wir das nächste Spiel haben. Ich glaube Samstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Irgendwie sowas. In diesem Sinne würde ich sagen, bin ich raus und bis bald. Peace, peace.